Ja, meine Erfahrungen mit der Firma Norwex, dem Direktvertrieb und drei Fehler, die du als Norwex-Beraterin definitiv vermeiden solltest auf Facebook. Also, ich bin kein Norwex-Berater, ich bin Trainer und ich habe mir einige Facebook-Profile angesehen und wenn ich sage Fehler, dann möchte ich dir helfen, es ist keine Kritik am Unternehmen. Lass uns gleich mal starten. Also, Fehler Nummer eins als Norwex-Beraterin ist es, keine Verbindung mit neuen Freunden herzustellen. Also, wir sprechen hier von Facebook, ich selbst habe ja im Direktvertrieb im siebten Monat über 210.000 Monatsumsatz gemacht, nur mit Facebook. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, trage ich dich unterhalb von dem Video in der Beschreibung in den Verteiler ein. Und was ich gemerkt habe, ist, dass viele, viele nicht wissen, wie man eine Verbindung mit neuen Freunden herstellt. Also, wenn du mit Facebook arbeitest, dann schickst du eine Freundschaftsanfrage, die wird dann im Idealfall akzeptiert. Und jetzt denken die meisten, dass automatisch dieser neue Freund dann auch deine Postings sieht. Aber das ist weit gefehlt, weil Facebook hat hier verschiedene Hierarchien. Das heißt, wenn du einfach mal einen Freund hast bei Facebook, dann ist es für Facebook völlig normal. Aber du kannst das sehr, sehr schnell aktivieren und das kannst du jetzt auch gleich machen auf Facebook. Das heißt, du gehst einfach zu einem Facebook-Freund hin auf das Profilbild. Und bei dem Profilbild machst du nicht Daumen hoch, sondern Love oder Wow. Natürlich, Mann-Frau-Beziehung sollte man ein bisschen beachten. Aber das ist ein starkes, starkes Zeichen, dass du diese Person wirklich gut kennst. Warum? Weil das macht niemand. Wann hat jemand bei dir jemals in der letzten Zeit das Profilbild mit Love oder mit Wow geliked sozusagen? Das passiert nicht. Und die zweite Verbindung, die du herstellen kannst, sehr, sehr einfach, ist das Titelbild. Hier machst du genau das Gleiche. Zusätzlich, und das wäre schon ein Pro-Tipp, ist es auch noch gut, ein Kommentar beim Profilbild und beim Titelbild dazu zu schreiben. Hier ist aber wichtig, dass du nicht schreibst, ja, super Bild, toll, schaut gut aus, sondern vielleicht drei, vier Sätze, die sich dann doch menschlicher anschauen. Ja, egal. Fehler Nummer zwei von Norwex-Beraterinnen auf Facebook ist es der Steckbrief. Also wir haben ja auf dem Profil ganz links den Steckbrief und den findest du bei dem Profil unter dem Reiter Info. Der Steckbrief ist ganz, ganz aussagekräftig und ganz, ganz wichtig. Wenn jemand auf dein Profil kommt und du hast keinen ausgefüllten Steckbrief, dann fehlen Informationen. Die Person denkt instinktiv, du hast etwas zu verstecken, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, es ist hier keine vertrauensbildende Maßnahme. Ich sage meinen Leuten immer, also den Direktvertriebenen, die ich trainieren darf, es gibt immer drei Dinge, die dein Profil haben sollte. Vertrauen, Sympathie und Mehrwert. Und gerade der Punkt Vertrauen, da ist schon wichtig, einfach einen guten Steckbrief zu haben. Und Punkt Nummer drei ist es, auf die falsche Art zu setzen. Das ist jetzt nicht nur ein Problem von Norwex-Beraterinnen, aber ich sehe doch, die eine oder andere Beraterin bei Norwex, die eine Facebook-Fan-Seite hat. Und ich frage dich, warum machst du eine Facebook-Fan-Seite? Ich möchte dir das erklären. Eine Facebook-Fan-Seite hat dann Sinn, wenn du Werbung schalten möchtest. Wenn du das Ganze aber so wie ich organisch aufbauen möchtest, dann ist das nicht notwendig. Ich habe selbst in zwei Jahren über 800 direkte Kunden und Vertriebspartner, ich war im Network-Marketing, gewonnen. Und das nur mit organischer Reichweite. Das heißt, eine Facebook-Fan-Page, nur zwei Prozent deiner Fans sehen wirklich die Postings. Ich habe ein Beispiel aus dem Direktvertrieb, das ist jetzt nicht Norwex. Diese Firma hat im deutschsprachigen Raum 2,3 Millionen Fans. Das ist wirklich viel. Wenn die ein Posting machen, 26 Likes. Also, setz nicht auf das falsche Pferd, nicht auf die Fan-Page. Na gut, dann sagst du dir, dann setze ich auf das Profil. Wir haben das ja auch kurz zwei Tipps durchbesprochen. Auch das ist nicht mehr up-to-date. Warum? Beim Profil hat sich etwas umgestellt. Wir hatten früher die ganz normale Freundesliste. Das heißt, du hattest maximal 5.000 Freunde, du hast ein Posting gemacht und deine Freunde haben es gesehen. Aber Facebook ist massiv gewachsen in den letzten Jahren und hat dann das Prinzip auf aktive Freunde umgestellt. Das heißt, wenn du hast 5.000 Freunde, von den 5.000 schauen sich 100 deine Postings an. Dann sehen diese 100 Leute auch das nächste Posting. Es gibt jetzt zusätzlich noch die sogenannte 28-Tage-Regel. Das heißt, es ist wichtig, innerhalb von 28 Tagen, dass jemand deine Inhalte konsumiert. Der Nachteil bei dem Profil ist eben, dass die Arbeit sehr schwer wurde jetzt hier, weil man muss alle 14 Tage mal so ein Clean-Up machen. Ich habe hier den Begriff geprägt, Reichweiten, Clean-Up. Und das hat mir vor zwei Jahren über 53 Stunden pro Jahr gekostet. Und ich habe dann nachgedacht, wie kann ich das anders machen. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Facebook-Gruppe, weil dort haben wir maximale organische Reichweite. Es ist auch erlaubt, dort Werbung zu machen, weil auf dem Profil darfst du das gar nicht. Und wir haben keine Arbeit, weil wir was aussortieren müssen. Jetzt vor einigen Tagen kam eine super neue Änderung. Und zwar, es gibt eine neue Version der Gruppen. Du kennst wahrscheinlich private Gruppen, du kennst öffentliche Gruppen. Und jetzt gibt es eine völlig neue Version. Die muss man extra aktivieren. Und da bekommt man drei Dinge, die für dich als Norwex-Beraterin interessant sind. Das eine ist mal, du bekommst Google-Rankings. Jemand findet dich über Google. Ja, jetzt in dem Moment gibt jemand genau das ein, was du bei Norwex verkaufst. Stell dir vor, du wirst gefunden. Das geht nur in dieser neuen Art der Gruppen. Der nächste Punkt sind Rankings bei Facebook selbst. Das heißt, wenn jemand die Facebook-Suche benutzt. Und das ist eine sehr, sehr unterschätzte Funktion im Direktvertrieb. Und der dritte Punkt, Facebook empfiehlt dich aktiv weiter. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie kannst du das genau umsetzen, unterhalb vom Video ist ein Link, wo du dich einfach eintragst mit der E-Mail-Adresse. Da steht, wie du in 30 Tagen 110 Partner gewinnst. Ich weiß, du musst keine Partner gewinnen bei Norwex. Aber das gleiche Prinzip gilt für Kunden. Und vor allem bekommst du dort den Zugang zu dem Training, wie das genau mit der neuen Art der Gruppen läuft. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Viel Spaß bei Norwex. Und ja, Rockit, danke fürs Zuschauen. Servus, bye bye.